Du bist Creator der Zukunft? Digitalsurferin oder Wellenreiter? Du bist immer am Start und gerne draußen. Denkst du heute schon an morgen? Du bist die Zukunft. Du blickst nach vorne. Du hast eine Vision. Die Idee. Bist du bereit? Bereit für Neues? Bereit für die Zukunft? Sag Moin. Moin Zukunft. Hochschule Flensburg.